Star Wars The Old Republic Star Wars The Old Republic Star Wars The Old Republic So und jetzt können wir hier nochmal umschauen Und da haben wir noch ein kleines Teil Wir müssen hier rein Wir müssen erstmal zur Kommandozentrale hier rein Und da befinden sich Dieser Lord Haspa Den wir besiegen müssen für die Bonusfest Das ist unser nächstes Ziel Da müssen wir eigentlich gar nicht mehr rein An denen kommen wir glaube ich Nicht so wohl Soviel dazu An denen kommen wir vorbei Wir allein gegen die ganze Festung Haha Sind wir ja eigentlich richtig Ja Wir müssen hier lang Hier hoch Und dann da rein Perfekt Das kriegen wir hin Komm mal da vorbei Nicht ganz Nein Nicht ganz kann man vorbei Aber fast Aber an denen kommen wir vorbei Also die Wachen sind echt ein bisschen Wie das Böse Werden in Flammen aufgehen Okay Das hört sich jetzt nicht so richtig toll an Aber das bedeutet ja eigentlich Dass das Böse auch nicht gewinnt Eigentlich gewinnt dann gar keiner Hm Oh PD44 Ein Bossgegner Das sollte man hier auf jeden Fall ein bisschen Blatt schaffen Hätte ich gesagt Das soll man den machen Jetzt auch nochmal einer So Wie viel sieht denn mit Geld technisch aus Ja 3.300 können wir noch machen Das ist nicht so viel Naja Muss mal schauen Dass ich ein bisschen Geld ausgebe Oder so Lord Haspa Haha Geht los Ja pesos ón Glrition Das ist nicht so Wir spüren F cébri Nicht W D Du Part Ich Oh, 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 oh. Ich hätte hier nicht einfach abbrechen können. Ey, das Ding ist hier noch im Cooldown drin. Hier könnte fast schon wieder eine Heilung gebrauchen. Ja, ich weiß, lieber Tira, ich weiß. Aber wir haben ihn ja gleich. 10.000. Nicht schlecht. Und ein neuer Handschuh, der uns nichts bringt, aber wir hätten genau denselben schon haben. Und wir bekommen ein republikanisches Erinnerungsstück. Das ist wieder was richtig für Kira, yay. Es gibt gleich 800... Ja, genau, 800 Einfluss bei ihr. Das heißt, sie ist jetzt... Ah, okay, da brauchen wir schon ein bisschen länger, ein bisschen mehr. Wir sind aber immerhin 18. War gar nicht mal so schlecht. So, und das Ding ist fertig. 10.000 Erfahrungspunkte. Ja, und das war's hier. Das passt doch. Und alle anderen Sachen, die wir hier noch machen können, sind hier hinten drin. Das heißt, wir müssen erstmal PD44 besiegen. Da heilen wir uns doch erstmal. Kira hat ein bisschen HP-Verlust gehabt. Und wir geben uns noch mal einen neuen Buff. So. Und los geht's. Ja, so sieht's wohl aus. Wow. Nee. So haben wir nicht gewertet, mein Freund. So haben wir nicht gewertet. Ziel scheint nicht der Pinzarm zu sein. Ja, doch. Der ist schon ein bisschen etwas... Ein etwas härterer Gegner. Ziel scheint nicht der Pinzarm zu sein. Aus dem, alles kein Problem. Das ist eigentlich nicht, wenn wir die hier passend benutzen. Ich weiß nicht der Pinzarm zu sein. Dass wir ein bisschen uns heilen. Eigentlich sehe ich aber nicht, dass wir uns heilen. Ah doch, wir heilen uns ein bisschen. Aber man zieht's fast gar nicht. Ja, egal. Passt schon. Und yeah. Kampf gegen PD44. Hammer, Hammer, Hammer. Hammer, Hammer. Sehr, sehr schön. Und was hast du für uns bereit? Ein Gürtel und der ist auch einiges besser als das, was wir so haben. Perfekt. Puh, ja. Warum hab ich dich hier nicht weggeschickt? Keine Ahnung. Hab ich wahrscheinlich irgendwie vergessen. So, jetzt müssen wir wohl dieses Sicherheitsdings hacken. Schätze ich doch mal. Hier. Direkt auf meiner Türschwelle. Das Glück war mir schon immer, heute. Seit unserer letzten Begegnung wart ihr fleißig. Hat Coruscant gerettet. Tython, Schade um Uphar measured. Aber man kann nicht jede Schlacht gewinnen. Leider enden eure Siege hier. Meine Flotte steht kurz davor, eure Position aus dem Orbit zu bombardieren. Dieser Ort wurde entworfen, um massivem Beschuss zu widerstehen. Die Schilde der Festung wurden ausgeschaltet. Ihr steht in einem Grab, und ich werde euch darin begraben. Unsere Unterhaltung war mir ein Vergnügen, aber dieses Mal werdet ihr nicht entkommen. Hier, Utec. Hört ihr mich? Ich habe die Übertragung mitverfolgt. Meine Flotte ist auf dem Weg, die Bombardierung abzufangen. Ich werde mein Bestes geben, den Großmorph zu beschäftigen, aber ihr müsst euch beeilen. Findet diesen Recomputer und verschwindet von dort. Machen wir, machen wir. Ja, diesen Großmorph, Kill Run, den haben wir ja auch schon in der Essel des begegnet. Mit dem haben wir ja auch noch nach Rechnung offen quasi. Wir sehen, ob wir ihn auch jetzt mal persönlich treffen werden. Oh, da ehrlich gesagt auch nicht, wie auch immer. Ist da irgendwas drin? Nö, nicht wirklich. Ja, gut. Okay, dann hätte ich gesagt, gehen wir hier weiter, hierher. Da haben wir diese Konsole, wo wir besiegen müssen. Da haben wir Edeka, wo wir besiegen müssen. Okay. Und da haben wir den Flashpoint-Ausgang. Oh, es ist tatsächlich nicht mehr so arg viel. Oh, ich lasse mal mal. Hier wird bombardiert und ihr arbeitet hier ganz normal weiter. Puh. Da ist nämlich ja mein Engagement. Guck mal, da ist nochmal eine Forschungsstation. Brauchen wir zwar nicht mehr, können wir aber immer noch zerstören. Hoppala, das ist ja eine Sackgasse. Das ist ja eine Sackgasse. Wir müssen ja hierher. Ja. Das ist ja möglich. Oh, das ist ja immer noch so arg. Hier sind es ja zufrieden. Oh, das ist ja das. Ich bin es ja, ich bin es ja auch. Oh, das ist ja unbedingt. Oh, das ist ja auch. Oh, das ist ja wirklich. Oh, das ist ja gemeint. Oh, das ist ja auch. Oh, das ist ja auch. Ist sonst noch einer? Ach, da ist ja noch einer. Ja, okay. Sehr schön. Wie sieht es jetzt aus? Wir müssen den Weg hier runter gehen. Da haben wir keine andere Wahl. Hm. Militärausrüstung. Ja, auch sehr schön. Ja, da haben wir schon auch für später ziemlich viele Geschenke für weitere Gefährten. Das finde ich schon mal gar nicht so schlecht, dass wir da schon mal was haben, um die ein bisschen hoch zu pushen. Okay. Okay. Und wir müssen durch diese Tür, oder? Ja, so sieht es wohl aus. Kommen wir da einfach durch. Wir kommen einfach durch. Perfekt. Und da müssen wir da rüber. Kommen wir an euch alle vorbei? An euch kommen wir jedenfalls nicht vorbei. An euch kommen wir leider auch nicht vorbei. hast du was? Du hast was. Ja, okay. Und hier müssen wir geradeaus, das heißt an euch zwei vorbei. Ja, das soll kein großes Problem sein. Oh, komm, da wieder Gegner von hinten. Ja, tatsächlich. Die habe ich gar nicht gesehen gehabt, dass da eine Tür ist. Egal. War ja gar kein Problem. Nein, Kira, das werde ich ganz sicher nicht machen. Okay. Okay. So, wie sieht's denn jetzt aus? Äh, da brauchen wir gar nicht rein. Wir müssen hier irgendwo ran. Müssen wir jetzt da hoch? Oder bleiben wir unten? Ich glaub, wir gehen hoch, hätte ich gesagt. Obwohl, nee. Da oben geht's gar nicht weiter. Nee, wir müssen, glaub ich, unten bleiben. Wir müssen, glaub ich, unten bleiben. Oh. Hm? Hm? Oh. 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 Oh, ein grüner Gegenstand. Aha. Das sieht interessant aus. Das ist für die Haupthand... Moment, das muss ich so schauen. Ja, tatsächlich die Haupthand. Ist um einiges besser hier. Äh, ist das überhaupt ein Lichtschwert? Das ist ein Vipro-Schwert. Äh, Leute? Das ist tatsächlich nur ein Vipro-Schwert. Also, ich benutze kein Vipro-Schwert. Nee, auch wenn es besser ist, aber... Bei aller Liebe, das machen wir nicht. So, was haben wir denn jetzt hier? Experimentelle Konsole, die müssen wir natürlich machen. Dann müssen wir Edeka besiegen. Und, äh, ich muss mal schauen, ob man das zuerst macht, oder muss man das später machen? Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Und wir haben unsere Obergrenze erreicht. Äh, das geht einfach viel zu schnell. Jetzt warten wir auf jeden Fall noch ab, bis der hier fertig ist. Ich glaube, ich werde mal ganz kurz einen kleinen Break machen. Und dann können wir da gleich das Ding, den T7, wieder starten, dass er was macht. Äh, bis gleich. So, T7 habe ich gerade schon wieder, das habe ich gerade zwischen den Folgen gemacht, auf eine neue Mission geschickt, für Gefährtengeschenke. Und der hat uns wieder so eine Militärausrüstung gebracht. Ja, sehr schön. Wenn man denkt, es gibt 400 Punkte, 400 Punkte. Natürlich nur die bei denen, die auch das richtig lieben. Das ist gar nicht mal so schlecht. Also, ja, es kommt gut zusammen. Okay, jetzt probieren wir mal. Kriegen wir hier, ohne dass wir Edden? Sie haben das Haupttot durchbrochen. Macht euch bereit, Männer. Ja, jetzt machen wir einfach das ja mal. Aha, das hat auch was gebracht, ja. 10.000 XP. Und ich glaube, das hat auch was gebracht, um die Krieger hier zu, äh, zu besiegen. Ich glaube, ich soll tatsächlich erst mal die hier erledigen. Dann sind die schon mal weg, dann hat das ja eine Unterstützung weg. Oh, okay. Wieder ein paar neue Ads. Auch kurz. Dann erlebe ich mal doch die Ärzte mal ein bisschen. Ich finde, wir sind ja relativ schnell unten. Ich werde diese Basis nicht verlieren. Ich werde euch persönlich töten, wenn ich muss. Dann mach doch mal. Ich hoffe, das war nicht eigentlich schon die ganze Zeit, dass du was machst. Aber irgendwie... Das ist mein Schlachtfeld. Abschaum. Ihr verlasst es nur in einem Leichensack. Davon wüsste ich aber, mein Freund. Ja. Mach nichts. Naja. Behoben hatten aber hier. Naja. So, was hast du denn Schönes? Wieder ein paar Handschuhe, die uns nichts bringen. Und wo müssen wir hin? Ich glaube, wir müssen hoch, oder? Kann das sein? Dr. Narem. Hallo, Doktor. Hm. Republikanische Schlechter. Ihr seid in eine souveräne, imperiale Welt eingefallen. Habt Dutzende von Unschuldigen abgeschlachtet. Um was? Unsere Forschungsergebnisse zu stehlen? Diese Anlage verfolgt eine friedliche Mission. Wir kartografieren den Mahlstromnebel zum Nutzen aller. Ihr habt Kriegsschiffe im Orbit und Bataillone auf der Oberfläche. Wenn das eure Vorstellung von einer Friedensmission ist, dann macht ihr irgendwas falsch. Wir wussten, dass ihr versuchen würdet, unsere Forschung zu stehlen, sobald ihr sie entdeckt habt. Und hier seid ihr auch schon. Wenn der Rest der Galaxis von diesem grundlosen Angriff erfährt, wird das Böse der Republik endlich entlarvt. Ich glaube... Es wird niemanden überraschen, wenn die Jedi als Kriegstreiber entlarvt werden. Alles, was ihr jemals wolltet, war die Auslöschung meiner Kultur. Der Vertreter irgendetwas? Euer Imperium hat diesen Krieg begonnen. Und davor waren es die Sith, die versucht haben, die Jedi zu versklaven. Wir haben kein Vergnügen am Töten. Aber wir tun, was wir müssen, um die Republik zu beschützen. Erspart mir eure Plattitüden. Ich weiß, was ihr wirklich seid. Mörder! Ihr verdammt hunderte von zivilen Wissenschaftsschiffen, die den Mahlstromnebel erkunden. Elektromagnetische Strahlung verändert jeden Moment die sicheren Navigationsrouten. Ohne präzise und rechtzeitige Koordinaten aus dem Grie-Computer werden tausende guter Leute, unschuldige Wissenschaftler, für immer dort drin feststecken. Dann, ja genau, die zivilen Schiffe sofort zurückrufen. Die Republik lässt keine Zivilisten sterben. Übertragt euren Wissenschaftsschiffen neue Koordinaten und befehlt, ihnen umzukehren. Dann gehört der Computer uns. Aber unsere Forschung! Die ganze gefährliche Erkundung wird ohne eine vollständige Karte umsonst gewesen sein. Übertrage jetzt die Koordinaten. Der Computer gehört euch. Ich hoffe, er geht kaputt, wenn ihr ihn das erste Mal benutzt. Ja, ja, wie er die republikanischen Mörder. Bitte melden! Ich wiederhole, bitte melden! Meine Flotte erleidet schwere Verluste und die Verteidigungen der Festung bröckeln. Wir haben keine Zeit mehr! Bringt den Computer zur fairen Rampe der Festung. Ihr könnt in einem ihrer Schiffe entkommen. Wir treffen uns in republikanischem Raum. Geht jetzt! Alles klar. Oh, was ist denn das hier? Ein Festungsdekoration. Nett. Ach, das war von der Story. Und hier ist nochmal eine Militärausrüstung. Okay. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich hier wieder runtergehen und daraus gehen. Hopp. So, und damit sind wir ja mit dem Flashpoint fertig. Wie ich gesagt habe... Ja, die... Eine halbe... Hm. Ja. In etwa eine halbe Folge haben wir jetzt hier geschafft. So. Flashpoint, was können wir da machen? Ach, es geht weiter. Ach, okay. Veteranen-Mission. Motorstadt. Nee. Da kann ich mit meiner Zeit sicher Besseres anfangen. Nee, nee. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Ah, jetzt weiß ich auch, wo wir sind. Da können wir jetzt quasi nicht mehr die Story machen, sondern ja, den ganz normalen Flashpoint im veteranen Modus. Also im normalen Modus. Aber das wollen wir nicht machen. Wir kommen hier gerade von da. Wir müssen hier sogar noch die Quest abgeben. So. Dann lass uns mal die Quest abgeben. Hallo, Meister Ortec. Ui. Ui. Das war knapp. Großmoth Killrun zerstörte die Festung nur wenige Augenblicke, nachdem er fortwart. Wir haben schwere Verluste bei Taral V erlitten. Die Dentuin, die Serokko und mehr Raumjäger, als ich zählen kann. Aber wir haben jetzt keine Zeit, die Toten zu betrauern. Wir müssen gegen das Gefängnis des Imperiums vorgehen, bevor der Feind seine Verteidigung verstärkt. Auf Taral V hat eure Jedi-Freundin mir Warnungen übermittelt. Ich konnte sie nicht sehen, aber es war ihre Stimme. Gut. Sie ist eine mächtige Verbündete und ihr Rat ist nützlich. Hört auf sie. Meine Techniker haben den Recomputer an den Hyperantrieb der Telos angeschlossen. Wir berechnen eine sichere Route zum Mahlstromgefängnis. Wenn wir eintreffen, brauche ich meine besten Leute an der Spitze. Ihr seid die einzige Hoffnung des gefangenen Jedi lebend, dort rauszukommen. Sollen wir auch die anderen Insassen befreien? Wir lassen sie doch nicht einfach zurück, oder? Die Einrichtung wurde speziell für den Jedi gebaut. Die gute Nachricht ist also, dass ihr nur eine Zelle aufbrechen müsst. Diese Mission wird noch weitere Leben fordern, bevor sie endet. Aber es ist ein notwendiges Opfer. Der gefangene Jedi kann diesen Krieg beenden und unzählige Welten retten. Wir stehen kurz vorm Sprung in den Hyperraum. Begebt euch zur fairen Rampe. Ihr startet auf mein Zeichen. Möge die Macht mit euch sein. So, und damit beginnt auch der nächste Flashpoint. Ich erinnere mich wieder daran, das finde ich ziemlich cool, dass diese zwei Flashpoints, Tarrel 5 und das Mahlstromgefängnis, zusammengehören. Und die Quest haben wir jetzt auch schon. Der Jedi Gefangene schließt den Flashpoint Mahlstromgefängnis ab. Der ist ja auch auf Stufe 29. Aber ich würde sagen, wir machen ganz normal erstmal weiter mit dem Intermezzo, was wir haben. Und dann vielleicht auch den ersten Planeten. Und danach gehen wir erst in diesen nächsten Flashpoint. So hätte ich es jedenfalls gesagt gehabt. Weil ein, zwei Flashpoints direkt hintereinander will ich jetzt auch nicht machen. Da will ich doch mit der ganz normalen Story doch ein bisschen weiterkommen. So, das heißt, wir müssten wahrscheinlich wieder runtergehen. Jetzt muss ich jetzt mal kurz nochmal nachschauen, ob es da unten weitergeht. Mit dem Flashpoint. Nur damit ich weiß, ob es da ist. Ja, da ist es. Da ist das Mahlstromgefängnis. Gut. Das ist gut zu wissen. Oh, Technologie. Nett. Das werden wir doch gleich mal verwenden. So. Schön, wieder da zu sein. Gut. Dann machen wir etwas, was ich schon längst hätte machen müssen. Wir holen uns noch die neuen Fähigkeiten. Diese zwei, die wir haben. Das hätte ich schon die ganze, ganze Zeit machen müssen. Oder wollen. Sollen. Wollen eher. Haben es aber irgendwie die ganze Zeit verpasst. Passiert. Dann, wie gesagt, Intermezzo. Vielleicht den nächsten Planeten noch. Und dann kommt sich das Mahlstromgefängnis, wo wir ja schon den, quasi den ersten Teil von diesem Flashpoint, den ersten Flashpoint von dieser Reihe erledigt haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie es weitergeht. Nach dem Intermezzo. Dann kommen, glaube ich, wieder zwei Planeten. Aber ich weiß gar nicht mehr, was für Planeten das waren. Genau. Oh, Moment. Eine Sache noch. Ich habe natürlich ganz vergessen. Du kannst natürlich das nächste Gefährtengeschenk noch holen. Ja. Hauptebener. Hauptebener. Und wo müssen wir denn hin? Kampfausbildung. Ausbilder dahin müssen wir jetzt. Alles klar. Das machen wir doch gleich. Tablet 5. Rehwarn-Schatten. Ja, okay. Ne, wir haben ja auch schon die Quest gekriegt. Wir haben sie ja auch schon gekriegt gehabt. Beziehungsweise, dann können wir ja diesen Flashpoint hier mal abmachen. Abbrechen. Und das hier weiter wieder aktivieren. Also nicht abbrechen, aber einfach aus dieser, aus diesen Dings raustun. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, ich denke, ihr versteht es, was ich damit meinte. Äh, das ist dann weg. Wir wollen keine Chat-Nachrichten hier drin haben. Was ist denn da drüben alles noch los? Operations-Prioritäts-Missionen. Wöchentliche Held-Missionen. Ja, okay. Ich weiß nicht, was wir brauchen. Äh, ich muss da lang fliegen. Bin ich jetzt gerade wieder umgekehrt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. So. Ich teile mein Wissen gern mit jemandem, der talentiert ist. Hier bekommen wir erledigen. Werft das Haupthand-Lichtschwert nach Einzel und verursacht 877 bis 971 Energieschaden. Funktioniert nur bei Zielen mit maximal 30% ihrer Gesundheit. Das ist eine Art Finisher. Das ist eine Art Finisher. Da muss ich mal schauen, wie ich das am besten noch hinlege. Äh, was ist das hier? Das ist ein Beinhieb. Das war nur für Langsamen. Das waren diese zwei AEs. Das war, glaube ich, auch nochmal einer, wo wir, genau, 10 Meter, 10 Meter, oder 77. Der macht auf jeden Fall mehr Schaden. Wird auch noch betäubt. Und der macht noch richtig viel Schaden. Allerdings nur mit maximal 30% ihrer Gesundheit. Okay. Und Wächter haben auch noch die Machttarnung. Verbirg dich in der Macht, sodass du schwer zu entdecken bist, wodurch deine Bedrohung gegenüber allen Feinden rezultiert und erlittener Scheiten um 50% verringert wird. Dein Bewegungstempo um 30% erhöht wird und du immun gegen Kontrolleffekte bist. Das ist so eine Art, naja, Fluchttal? Kommt, glaube ich, mal hierher. Wann bekommen wir denn neue Anzeigen? Mit 38 bekommen wir einen. Also der nächste ist mit 38 und der Passiv ist ja, glaube ich, ne, der ist mit 36. Und da haben wir 38. 44, okay, und hier? 46. Ja, okay. Und Gleiterrang kriegen wir mit dem nächsten Level. Dann können wir den nächsten Gleiterrang machen. Dann sind wir auch ein bisschen schneller. Wir können jederzeit zusammen üben. Den sollten wir dann auch sofort holen. So, wir sind getarnt. Bringt uns aber jetzt nicht wirklich was. Gut, dann würde ich hier auch die Folge beenden. Haben wir halt nur ne 30-minütige Folge, glaube ich. Äh, 35 oder 36-minütige Folge. Passt ja auch ganz gut. Dann muss ich mal schauen, was ich damit mache, ob ich die irgendwie verkaufe. Ob ich die, oder ich könnte sie versuchen zu rekonstruieren. Das kann ich noch wieder in unsere Rampe legen, das wir nicht brauchen. Und vielleicht kann ich auch noch ein bisschen, äh, das Craften machen und da noch ein bisschen Geld reinstecken. Ganz einfach dadurch, dass wir auch bessere Ausrüstung kriegen und das Ganze noch ein bisschen hoch machen. Müssen wir mal schauen, wie wir es machen. Ich habe noch keine Ahnung. Ich kann auch mal schauen, ob ich irgendwo noch eine Verbesserung kriege, wo man die Verbesserung kaufen konnte. Und muss mal schauen, ob man da... Oder ich kann mal schauen, ob ich dann tatsächlich vielleicht für die Rüstung, ähm, noch Zeug kaufen kann einfach. Muss ich mal schauen, wie das genau war. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal im Moment. Auf jeden Fall machen wir dann hier Schluss. Und in der nächsten Folge machen wir dann weiter. Und zwar mit dem Intermezzo. Okay. Ja, dann machen wir mit dem Intermezzo weiter. Und dann wahrscheinlich mit den nächsten Planeten. Und nach dem Planeten mit dem nächsten Flashpoint. Dann sei mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss.